Moin und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist PaddyXALP. Heute mal wieder eine Folge Let's Make a Me. Und zwar hatte Claudia mich gefragt, ob ich mal Batman machen könnte, wenn ich schon den Joker gemacht habe. Und dies werde ich jetzt tun. Batman ist natürlich männlich. Ich habe die Me 4 natürlich auch schon geübt. Hatte das als Haar genommen. Die Augenbrauen hatte ich genommen, um das für seine Maske zu machen. Hier diese zwei... Was sind das? Diese zwei Ohren. Sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Indem ich die so angewinkelt habe, komplett nach oben gesetzt habe, aufs Maximum vergrößert habe und einmal komplett auseinander. So. Als Augen hatte ich... Wo sind die? Die hier genommen. Die habe ich aufs Maximum vergrößert und auch hier ein bisschen größer, glaube ich, gemacht. Ich lasse es mal so. Komplett zusammen. Und einmal so hindrehen. So. Dann schieben wir die mal nach oben. Und schon hat man das. Dann habe ich den Oberlippenbart hier genommen. Den auch groß gemacht, aufs Maximum, glaube ich. Wo ist es aufs Maximum? Werde ich ja gleich sehen. So habe ich den hingesetzt. Ich muss nebenbei meine CPU im Auge behalten. Eben habe ich schon mal eine Aufnahme gemacht. Und da ist mein CPU so auf 100 gegangen, dass leider irgendwie die Aufnahme scheiße geworden ist. Und deswegen musste ich das jetzt nochmal neu machen. So. Ähm. Hm. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Warte mal. Ein Stück auseinander. Ne. Es wird so sein. Ähm. Ein Stück runter. Und dann der Bart auch nochmal ein Stück runter. Nein. Nicht die Augen. Der Bart. Der Bart. Wo ist der Bart? Da ist der Bart. Da. Auch nochmal ein Stück runter. Vorbei. Vielleicht ein Stück kleiner. Hoch. Ja. Nase. Hatte ich. Die Dreiecksnase hier genommen. Die aufs Maximum. Die denn so. Hm. Ich gucke gerade mal. Hm. 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 So. Wo ist denn jetzt er? Da. Da ist er. So. Damit habe ich die Maske auch schon so gut. Wie fertig. Irgendwie gefällt mir das mit der Nase noch nicht so ganz. Ähm. Hm. Das wird schon. Das mache ich gleich noch irgendwie. Äh. Ich hatte ihm Gesichtszüge gegeben. Und zwar diese hier. Ach ja. Und natürlich. Das hier. Und als Mond. Hatte er von mir. Wo ist er denn? Da. Den hier. Den mache ich aber ein Stück höher. Jetzt sieht das schon ziemlich gut aus. Aber irgendwie gefällt mir das mit der Nase noch nicht so richtig. Äh. Ich nehme mal den Oberlippenbart. Mach den mal doch noch eine Stufe runter. Eine Stufe. Noch eine Stufe größer. Noch eine Stufe größer. Äh. So. Oder doch. Ein Stück hoch. Aber es ist schwierig. Ne. Man will natürlich auch, dass die Augen gut aussehen. Also ich würde es dann so. Und dann vielleicht noch mal den Leberfleck, den ich hier hatte. Eine Stufe runter. Ja. Genau. So würde ich ihn lassen. Das sieht doch gut aus. Äh. Ich würde sagen groß und war doch ein bisschen stabiler. So würde ich Batman machen. Und ähm. Schwarze Klamotten. Schwarze Hose. Oder graue Hose. Bad. Man. So. Entschuldigung. Da hat es mich gerade gejuckt. Ähm. Heute ist der erste sechste. Halbes Jahr schon wieder rum. Ne. Es ist echt irre, wie schnell 2018 rum geht. Ähm. Da 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 da. Und. Ja. Das war es. So. Also Claudia. Das wäre meine Version von Batman. Ich mache nochmal eine. Weiter runter. Dann siehst du es besser. Ist auch mein Gesicht nicht im Weg. Ähm. Ja. Das wäre meine Version eines Batmans. Äh. Ja. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgens in der neuen Folge von Let's Make Me. Morgen mache ich. Ich gucke mal kurz. Äh. Jesse von Team Rocket hatte einer gefragt, der anonym bleiben will. Dann kommt am Sonntag. Entschuldigung. Ich hatte gerade einen Hänger. Am Sonntag kommt, äh. Lucio von Overwatch. Und am Montag kommt Kollegah. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgens in der neuen Folge von Let's Make Me. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Euer Party X-Star. Bis dahin. 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 Bis dahin.